Meine Güte! Aber die Brandbolzen haben den richtig gut getan. Ich will mal was probieren. Ich muss irgendwie schaffen. Ah, wo ist die Alte denn jetzt? Die sind hier oben. Einfach draufballern. Einfach draufballern. Ach. Hoffentlich ist die jetzt nicht weg, ey. Das ist ja grausam. Weiß echt nicht, was sie machen sonst bei dieser Elite Rosie. Und dann hast du ja noch diese komischen Splicer, ey. Wo auf einmal das ionische Geh nicht mehr funktioniert. Jemand wie du ist hier ohne Röschen. Wir legen so scheiße an keine Zeit. Ab dem Tee. Lass mich das an! Seid bitte nicht da! Seid bitte nicht da! Seid bitte nicht da! Da gibt's noch mehr! Oh, diese scheiß Dinger. Ich muss echt mehr mit Dingsbums arbeiten. Hoffentlich bleibt die da eine gewisse Zeit lang rumliegen. Weil die gehen mir gerade echt auf den Sack. Mit ihren scheiß Monotov-Cocktails. Doch, 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 doch. Bitchlab. Ich hab das so derbst im Kopf drin. Ja, ist doch schön. Bursch, ist doch schön. Ich könnte ein paar Heilungen gebrauchen. Wohnung von Sender Coen. Ach, wer wird denn da gleich? Boah. Keine Ahnung, was ich hier brauche. Aber na gut. Will man nicht so sein. Hat die alte voll weggebasht. Oh, super. Verbandskasten aufheben. Truhe untersuchen. Film. Also schlechtes Büro hat er nett. Sieht ein bisschen kacke aus. Ja, wir müssen aufräumen können. Ja, aber das... War's dann auch schon, muss ich sagen. Was geht denn hier ab? Gut, wir können mit dem Flügel hier rumspielen. Billen. MG-Patronen. Wer pfeift denn hier im Hintergrund rum? Meine Herren. Gut. Also ich war's nicht, der hier rumgepfiffen hat. Das soll mir auch gerade egal sein. Hier ist zu. Hier ist auch nix mehr. Ähm. Ich glaube, die sind gar nicht hier. Die sind da drin. Meine Frage ist, kann ich das irgendwie aufmachen? Ich meine... Wird ja nicht umsonst da sein, ne? Okay, der ist schlittert. Der rutscht mit seinen Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Ich... 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 Ja, hau nur ab! Ja, hau nur ab! So, mal ein bisschen Foto machen. Plasmid-Bonus. Jo. Wir können jetzt... 하나... Ich bin... super äh sie bewegen und schwingen den Schraubenschlüssel schnell, das ist eigentlich ganz gut aber brauche ich erst mal nicht ähm, ich hab keine Ahnung warum der wegläuft hallo, ich bin hier äh äh du bist doch derjenige, der hier abhaut boah war aber knapp der hätte mich beinahe geklatscht so, ionischer Schrot mal nachladen, im Fall, dass wir wieder auf so eine Rosie treffen ich glaube, das sollte ich mit dem Chemo-Werfer auch mal machen ähm gut, und mit der Armbrust oh, ich mag die Armbrust generell Bogen, Armbrust finde ich alles toll ähm so, jetzt hacken so, hier nach unten und dann das da das ist super dann nehmen wir mal so einen das hat natürlich nichts gebracht äh bah-b-b-b-b-bam G-Rückstoß, Schadenssteigerung automatisch abgeschaltet, Pistolenmagazingröße, das ist eigentlich alles schadensimmun, automatisch generierte Hohlladungen machen dich, deinen eigenen Granaten gegenüber immun, ist vielleicht gar nicht schlecht. Auch wenn ich das Kram jetzt nicht so brauche, muss ich sagen. Das kannst du vergessen. Ähm, nur hacken, super. Aufkaufen. Ach, kaufen wir es doch mal auf, warum nicht? Sorry, war aber jetzt leider wichtig. So, eine Little Sister haben wir, die haben wir gerettet. Die zweite fehlt noch. Äh, ja gut, blöd gelaufen. Ist mir schon klar. Also das ist die Ten Bomb. Nicht gerade die total liebende Olle ist es mir schon klar. Aber Andrew, die ist mir deutlich, äh, Fontaine, ich sag jetzt die ganze Zeit Andrew, die ist mir deutlich lieber... Patronen! Ja, Schrotflintenpatronen. Im Kühlschrank aufheben, warum eigentlich nicht? Ist mir auf jeden Fall lieber als dieser komische Möchtegern, dem der Arsch so ein bisschen auf Grundeis geht. Ich will jetzt eigentlich nichts zu mir nehmen. Wie gesagt, ich wollte jetzt... Nichts zu mir nehmen. Weil ich nie weiß... Was hier noch rumliegt... Kenne mich nämlich, wenn ich jetzt so einen Verbandskasten nehme, komme ich wieder in so eine Küche. Oh ja, das ist eigentlich ganz gut. In der Hokus-Pokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wir alle Betrüger hat er Angst, dass ich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plus Meat. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll, nicht mal Tenenbaum. Und Su Chong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Chong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es... nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken tragt, muss ich das im Auge behalten. Gut. Da wissen wir doch Bescheid. Ja, natürlich. Aber dich nehme ich mit. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Skinner Boxen, Elektroschocks. Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommen Su Chong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was von Fontaine gerade hört. Hat er gerade versucht, das Ding zu hacken? Dieser Sack. Alter, da kriegst du doch Plagg im Kopf, ey. Boah. Hat der Arsch einfach das Ding gehackt? Und ich kann da jetzt auch nichts gegen tun. Ich muss auch nicht gegen die Verlusten für den Weg hin und vor die Verlusten führen. Ich hoffe, es ist für den Weg. Ich hab zu den Weg. Wo? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist die Verlusten? Wo ist das? 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 Doch, doch, doch. Boah. Also das war schon mal ganz geil. Muss man sagen, aber... Puh. Ähm. Gut. Hat super funktioniert, aber dafür haben wir kein ionisches Gel mehr. Also von daher... Immer... Yo. Alter, der ging mir gerade so auf den Sack. Ich bin so froh, dass ich mich doch dazu entschieden habe, den ganzen Scheiß hier zu hacken. Boah, ey, da kriegst du echt Plack im Gesicht. Da kriegst du echt so einen Dreher in der Sackfalte, ey. Das ist doch unglaublich, ey. Wie ein verdrehter Hoden. Ne. Auf jeden Fall, ähm... Gehen die mir gerade echt... ...alle tierisch auf den Zeiger. Ich muss hier hoch. Ich könnte den Aufzug nehmen, wenn ich... ...wissen würde. Hacken. Nicht hacken. Ich muss mich auch nicht heilen. Ich würde mich trotzdem gerne hier nochmal umgucken. Willkommen im Zirkus der Werte. Ähm, 0-0-Roten-Napalm. Ich habe nicht genug...